Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto, Goofy sind nur einige Zeichentrickfiguren, die jeder von uns wenigstens einmal auf dem Bildschirm gesehen hat. Wissen Sie, wer sie erfunden hat? Walt Disney, Schöpfer der magischen Welt der Zeichentrickfilme, über den ich in der heutigen Folge berichten werde. Los geht's! Walt Disney wurde am 5. Dezember 1901 in Chicago geboren.